Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of the Sparrow Definitive Edition. Und ja, wir sind jetzt auf den Weg nach Aspio, um halt da Informationen über die geheimnisvoll Kritikerstadt zu finden. Und haben zwischendurch nochmal Absteche hier in die Unterstadt der Hauptstadt gemacht. Und nochmal da. Jupp. Was ist hier? Gericht in Zerzweig? Aha. Orte, Blüte, Blastia, Herz. Mhm. Herz, bätsch. Gut, was ist hier? Ja, denn alles. Vielleicht sollte ich hier nochmal vor. Einfach auch mal. Sprechern, ja. Hm. Da erscheint wohl nicht so nicht viel zu sein, dann gehen wir mal hier weiter. Irgendwo muss hier auch noch der Lord der Prairie sein. Hm. Ich möchte einfach mal abschicken, wie viel Stärke ich jetzt geworden bin. Ja, ich fühle mich jetzt ernsthaft. Ja, ich fühle mich gut. Ja, ich fühle mich gut. Ja, ich fühle mich gut. Ähm. Naja, stimmt ja. Die Blüten hier. Warte mal, ist das nicht? doch doch das ist doch da gehe ich hin da gehe ich definitiv hin aber erstmal nochmal da gerägt dämonen knochen flöße schafklinge gut betreten mal sehen was hast du schon dann wette willst du sagen dass du hast einen barometern besicht ja wir sind auf der reihe vielen dank wir sind die monstern nur zu feiern trotzdem danke nehmt wenigstens das hier ok naja stimmt ja fragment des himmels ok teil ist okay kann mir gut wenn obwohl man sich da nicht dann sollte man dass die andere arbeit für sich ja gut macht dir keine sorgen ok ich bin dank ok grüne gefahr bitte nimm dies ach so ich habe noch ein paar dinge gefahren bei bären sind und bären können topstick aussehen aber diese durch ok scheint so als ob ich jetzt ein paar dinger das zwei von denen wird besser noch neun übrig ok genau in der mitte von lebte ich erlebte er hier mehr schmachteln in den garten auf der südlichen seite herr toll bekehrs aber der brutal tief in einem unzugänglichen wald auf der kontinent der sehr lebt der modul schmachteln also auf die seite liegt der heimat des terrorbronko terrorbronk in das unwirtlichen nordwesten hyponja lebt brücke ist im land der kryptia usura hast ergreif in einem bestimmten feld der blutige schnabe fett noch wissen wir nicht wo sich die bei ok ok interessant ja stimmt das theoretisch theoretisch heißt es dass wir hier den gigantum monster quasi ausprobieren könnten aber ich weiß halt auch nicht ob ich da überhaupt rankomme an denen da ja erstmal nach spiel und dann sehen wir weiter gut ok was macht sie ja es ist es sorry so was ich denke ist we all have to receive punishment what do you mean i didn't know that judith was fighting for our planet all on her own but even though i didn't know i still failed to help a fellow guild member so i gotta accept my punishment yuri me maybe you were trying to follow your own path but you still kept things hidden from us there's no way that can be for the good of the guild und was mit repeat warte mal was das wird repeat jetzt auch mit bestraft weil repeat ist ja auch mitglied der gilde i just don't know yet so that's why we should all just accept our punishment and start over from scratch what do you think i can't promise i won't have my secrets in the future well if that's the way it is if you can't trust us then there's nothing you can do that would be my fault and what if i destroy a blastia that our guild was planning on using again that would be breaking the law that says i should act in the interest of the guild but you'd also be acting for the sake of the world guilds aren't there just so people can obey their laws i think we can let that slide um doesn't that sort of make your laws meaningless i've never heard of a guild like this before but you've got me interested i'll give you that much there's no need to be such a stickler for the rules gotta be more relaxed carol you're just full of surprises i thought plenty about myself and what i should be doing but i might not have considered how my actions would affect you guys this is a way of settling things i didn't even realize existed i i just wanted to keep traveling with all of you i just wanted each of our own paths to be the same as brave vesperia's rites blick wie der hintergrund ist nicht gut sounds alright with me you heard the man judy i guess that's where we stand you really are some of the oddest people i've ever met but i suppose i can manage to put up with you she is happy oh how cool they are just making it up as they go aren't they is that all a guild is the dawn ran his guild just a teensy bit differently there is something beautiful about this way though brave vesperia sure is nice do you want to join too patty can't right now oh yeah you still have to get your memory back so what about the punishment oh yeah i almost forgot um looks like you guys are on christian researcher detail we'll be relaxing at my place hey what do you get to decide excuse me did i hear a complaint haha no ma'am no haha haha okay carol were you thinking by yourself this whole time about what to do with judy yeah it was pretty much all i thought about after we left nord-apolica that and about what you did to ragot and kumore Really? Es ist toll, dass du so viel über mich gedacht hast, auch wenn ich nicht hier war. Ja, ich war nicht sicher, was richtig war, was falsch war. Ich glaube, ich habe die Dawn zu bedanken, für mich zu retten. Without die Dawn's letzten Worte, ich nie hätte nie gefunden, für die Fragen ich hatte. Du musst auf deinen eigenen zwei Fett. Ja, ich dachte, was das bedeutet. Und bevor ich es wusste, ich nicht dachte, was war richtig. Ich dachte, was ich will. Und das hilft dir, zu entscheiden, was mit der Gilde zu tun. Ja, also hier sind die frische Darts. Ja. Die frische Darts. Und dann, wie wissen wir. Hm. Verlassen. Irgendwo musst du ja doch irgendwie... Okay, hab. Du siehst... Ah, der hier sieht doch nach ein Critter aus. Du schaust mich oder so? Das ist der Name der Stadt, die sie in den Critterischen Legenden sprechen. Das ist alles, was ich weiß. Liegung? Ich weiß nicht, wo ich es wusste. Und sogar, wenn ich es wusste. Ich glaube, es wäre nicht gut, es zu jemandem anderen zu erzählen, als ein Critter. Okay, hm. Hm, ist hier noch irgendjemand? Hopp. Hier sieht nichts aus, als ob da noch jemand wäre. Gut, das heißt... Hm. Okay. Jetzt ist das schön, das... Das hält sich immer eine Spezialflagge. Wenn du... Wenn ihr sie benutzt, wird etwas ganz Besonderes geschehen. Okay. Okay, die Tür ist verschlossen. Sie wird das Idee, mhm. Das war nicht schlecht, Carol. Ich muss sagen, ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich das wiederhört habe. Ich komme, um es zu denken. Judy fragt überhaupt nicht. Oh, sollte ich? Würde es ein Problem sein? Well, selbst wenn du es nicht fragst, die Antwort ist immer klar zu dir. Ich bin nicht sicher, dass ich das auch nicht. Auch so, du bist immer du und ich immer ich. Wenn unsere Weg sind die gleiche, dann gehe ich mit dir. Wenn ich nicht, dass sie es waren, dann wäre ich nicht hier. Also, alles ist klar zu dir, du siehst? Ich bin ziemlich sicher, was ich denke, ist klar zu dir auch. Ist es etwas wie, Leute, die den gleichen Weg wählen, denken zusammen? Irgendwie ist es schon knuffig. Gut. Der Kritiker hat uns nicht viel weitergeholfen gerade. Hm. Das heißt, einmal... Hm. Hoppala. So. Und einmal hoch. Oder muss ich vielleicht... Vielleicht muss ich... Ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Ey, komm. Hallo, runter. Gut. Ich habe eine Idee, wie ich das hinbekommen kann. Ich muss halt nur... Ich muss halt nur... gut. 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 Meine Frau. Judith. Ich bin Torch. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. I do not know if you'll find the answers to your questions, but I will show you the way. First of all, you'll need a special bell to open the path to Miurzo. A bell? Indeed. It is hidden in one of the southern caverns on the continent of Hippionia. But isn't Hippionia really big? The cavern is on a shore where red flowers bloom. If you use that as your guide, I'm sure you shall find it. Also, the door in the back of that cavern can only be opened by us, Critians. What do you mean? Don't worry. I'll see that we're allowed to enter. And? What are we supposed to do with that bell? Relax. You humans are always so impatient. Once you have the bell, you must travel to Agathor Forest. The Agathor Forest? Isn't that on Hippionia too? I've heard of it before. Yes. The sacred land of the Critians is located there. So that's where the door to Miurzo is. If you use the bell there, the door shall open. There is, however, a problem. Okay. Yes. Agathor Forest is being devastated by a mysterious group. In addition to their overwhelming numbers, they also carry with them strange blastiae. I cannot fathom their motives, but this is certainly a matter of great concern. So if we go to Miurzo, we have to do something about them? Exactly. We need you to restore peace to our sacred land. Got you. So we get that bell, be the mysterious group senseless. We turn the bell and the door opens. That sound right? Yes. I understand. May the road rise up to meet you sister. And you as well. Let's go back to where everyone is waiting. Yeah. Did you find out anything? We got a lead in a place called Agathor Forest. I'm pretty sure it's on the west side of Hipponia, to the south of here. So, Miurzo's in that forest? No. But a door is. Huh? A door? What do you mean? There's a door there that leads to Miurzo. We were told the bell that opens the door is hidden in a cavern on a shore in Hipponia, where red flowers bloom. It'd be fastest to just go and check it out. First, let me rest. Perhaps we should get some rest before leaving? But... We don't really have a choice. Alright. Then I'm gonna walk around town and search for clues about the treasure. Hey, hold it. You should really... She's gone already. Anyway, once we've gotten some rest, let's go look for that cavern in Hipponia. Okay. 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 Das heißt... Dings ist gerade... Ehm... Titel. Einmal hier oben nochmal abchecken, aber... So, Patty! Did you find any clues about the Maristella? Hmm... There were a lot of books, but none of them were found. More about Ifrid. Well, duh. This city only has books about Blastia. Oh, well. Looks like I'm just gonna have to keep searching for clues with you guys. Did you just say Ifrid? Oh. Hey, you. You that girl they've been saying is Ifrid's grandchild? Hmm. So, you neither admit nor deny it. And I guess it must be true. Interesting. So you're the grandchild of that bastard who disgraced the guilds. Huh. You just look like a regular brat to me. Hmm. Why don't you say something? Can't even defend your own grandfather? Oh, yeah. I guess that's something no one could ever defend, huh? How can you say such horrible things? How? Well, because it's the truth. Hey, wait! You guys must be Siren's Fang's newest guild members, right? W-we're Brave Vesperia! Brave Vesperia? What a funny name. What kind of a guild is that? W-well, it's... Why? You're gonna give us some good jobs if we tell you? I don't have any jobs to give shady thugs involved with Eifried like you guys. Brave Vesperia, huh? It's good-for-nothing trash like you who've been tarnishing what it means to be a guild. You're the good-for-nothing trash who's been tarnishing the name of the city. Y-you... You're Rita Mordio? Looks like there's a lot more vulgar pieces of trash than the last time I was here. Geez, it'll be a real nuisance if anyone thinks I'm associated with you. W-wait! Hehehe, fuck up! Oh? Was there something else you wanted to say? N-no! Hmm... But what are we gonna do? I'm pretty sure that guy's gonna spread rumors. I don't care. If that's the kind of thing that could destroy our guild, we would've been finished a long time ago. Yeah, we should just let people say what they're going to say. I... Wasn't our destination ashore in Hippionia where red flowers bloom? Ah, yeah. Then let's get going. Oh, come on Paddy. Let's go. Good. Dadadadada... Nochmal Checkpoint. Speicherpunkt mitnehmen. Und dann möchte ich nochmal unten in... In den Wald gehen und schauen, ob ich dagegen zu dem Dings komme. Zu dem Monster da? Oder ob das immer noch nicht möglich ist? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, egal, hier wird weggemacht. Soviel dazu. Gut, top. So. Danke dafür und... Yo, einmal hier runterlassen. Dann schauen wir mal, ob wir hier... Ob wir da irgendwo in die... In die hinteren Teile jetzt kommen oder nicht? Warte mal, ist das... Nein, schade. Ne, da kommen wir immer noch nicht durch. Gut, dann nicht. Dann... Socken wir mal... Hey, komm weg mit dir. Wir zeigen keine Geist an den Feindlichen. Wir ziehen sie einfach weg. Höhöhöhöh. Hm. Nett. Wie sieht's eigentlich gerade aus mit der... Okay, die Ausstellung ist... Ja. Gut. Äh. Okay. 811 fehlt noch. Hm. So. Gut. Dann... Das ist... Nein. Wo ist... Das... Hier ist Eis. Aber wo... Warte mal. Wie kann ich... Warte mal. Hier vielleicht? Hm. Oder ist das... Hier nicht der richtige? Hier ist er noch. Warte mal. Oh. Ops. Hier sind wir. Aber wo müssen wir hin? Verdammt. Ich weiß gerade nicht... Kann ich nicht irgendwie... Wie kann ich hier nochmal die... Oste Karte... Dann muss ich hierüber machen... Das... Da... Ein... Hm. Felder... Pelkonia Ebene... Nördlich... Ich hab... Toibikia ist da oben. Toibikia müssen wir aber nicht hin. Desire... Sonde von Kogorf... Östlichen... Die vier Eilande... Berge... Fata Musali... Sonde... Kog... Insel... Nord... Ah! Da! Nord-Ost... Hypponia. Okay. Da unten muss ich hin. Gut. Was du sagst... Dort hin. Komm Baul! Flieg! 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 Bring mich hin! So... Und hier irgendwie... Eine Küste mit roten Blumen. Flieg! Was ist denn... Anderer... Da ist nur ein Stumpf... Mhm. Hmhm. Das sind... Inseln. Da muss ich nicht hin. Wo ist hier eine Küste mit roten Blumen? Ah! Da! Das erscheint doch ganz... Optimaler Treffer zu sein. Hmhm. Hmhm. Springen wir es mal frei. Einfach mal... Einfach nur freispringen. Dann funktioniert das schon. Was sagen... Was ist denn... Vielleicht haben sie es auf der... ... um einen schönen Menschen wie Sie von Ihnen in... Woah! Du bist wirklich gut für alte Raven? Manchmal kannst du so dumme, Judith. Was ist? Was ist passiert Patty? Es ist nichts. Ich war nur ein bisschen Angst vor dem... Du Angst vor dem... Du Angst vor dem... Du wirklich bist ein Kind. Rita ist auch nicht so viel älter, also... Hm, interessant. Aber gut. Ich denke, bevor ich die Höhle dann betrete... Wie komme ich dann... Zeig zur Feldkarte einmal und... Ich... Speichere dann mal. Ah, fuck you. Gut, dann... Wenn das so ist, dann hinunterklettern. So, gut. Speichern. Ja. Wie gesagt, nächstes Folge gehen wir mal in die Höhle. Okay. Das hier kommt an mir jetzt nochmal vor. Vielleicht... Ich denke, dass aber dann nochmal ganz gut was dann... Auf jeden Fall, nächste Folge gehen wir dann in die Höhle. Hier nach dem Kampf speichere ich aber einfach nochmal. Und dann... Schauen wir mal nach, ob wir die Glocke finden können. Kann schon mal... Ja. 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 Danke fürs Zuschauen. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ruh-oh-oh. Ruh-oh! Y